Hallo Leute, heute machen wir nochmal eine Wrestling-Challenge mit meinem Freund Sonnen. Dafür gehen wir jetzt erstmal in den Keller. Und es geht darum, wer zuerst beide Socken vom Anderen ausgezogen hat, der hat einen Punkt. Tschüss! Leute, ich muss mich dehnen, weil ich muss mich wieder in die Schlange bekommen, weil ich zur Besten konnte. Round One Hallo! Ja... Das ist so... Das war unfähig gewesen. Das war ein unfairer Eingriff. Niemals! Wenn du die kaputt machst, haue ich dich hin. Ich bin nicht sicher. Ich bin nicht sicher. Übertreib doch nicht so. Ist das dein Ernst? Das tut mir voll weh. Aua! Ja, kannst mich mal. Gewonnen! Nein! Nee! Guck mal! Guck mal! Guck mal, wo... 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 deine Sampen sind! Die sind hier! Willst du mich verarschen? Ja, das ist tricks! Nee, das ist unfähig. Meine gehen doch nicht mal ansatzweise so hoch wie deine. Guck mal, deine kommen trotzdem immer noch höher als meine. Das kann man so gar nicht jetzt schaffen. Ach was, echt? Ja? Ist das so? Ich bin bereit. Ja, okay, doch. Ja, okay, doch. Round 2 Ja. Oh nein! Ich bin nicht richtig. Ich bin nicht richtig. Not. Oh nein! Was ist das? Du weißt, du wirst dich einfach so hauen, bist du am Arsch? Du wirst dich ja niemals machen, der dir hat. Oh, meine Oge. Vorwärts, den Kiefer. Was für ein Kiefer? Oh mein Gott, schockiert. Oh mein Gott. Das war voll krass. Das macht dir nichts aus, ja? Wir machen Regeln. Man darf nicht den Fuß anpassen. Ist das noch irgendein Wunsch? Nein. Ich glaube, ich habe schon alles aufgenommen, okay? Das ist unfair, man darf nicht stehen. Stopp! Nein, stopp! Nein. 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 Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich bin dran. Ja! Nenn das! Ah! Ich hoffe, dass du dich dir weh tun. Hat er schon. Hast du schon? Ich weiß nicht. Hast du wohl? Das tut mir die ganze Zeit weg. Warum machen wir eigentlich immer so Scheiße? Ist mir das so leid? Wie kommt man auf die Idee? Weil wir lustig sind. Weil wir lustig sind, deswegen. Ich glaube, der Mensch ist ein Bulldozer. Oh! 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 Ich habe schon eine Schienehahn! Ich habe schon eine Schienehahn! Ich habe schon eine Schienehahn! Nein! 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 Wir haben gewonnen! Nein! Wir haben gewonnen! Wir haben gewonnen! Was ist heute mit deinem kompletten Körpergewicht? Nein! Nein! Das ist voll weh getan! Die ganze Zeit! Wir laufen deinem kompletten Körpergewicht auf mir drauf! Ja, so siehst du auch aus! Das war es mit dem Video! Das machen wir nie wieder, oder? Ja! Ich glaube auch nicht! Aber ich bin der Sieger, Freunde! Mir tut alles weh! Hier! Hier ist der Sieger da hinten! Also ich fand es unfair! Nein! Du warst mit deinem kompletten Körpergewicht auf mir drauf eigentlich! So eine Regel gab es auch nicht! Du durftest Regeln aufstellen! Ich bin der Sieger! Und bis zum nächsten Mal! Ich auch! Bis zum nächsten Mal!